Sheta Ketu – Eine Erzählung aus den Upanishaden Vor vielen, vielen Jahren lebte in Indien ein Jüngling namens Sheta Ketu bei seinem Vater, Uttalaka Aruna. Als der Jüngling zwölf Jahre alt wurde, schien es seinem Vater an der Zeit, seinen Sohn zu einem Guru zu schicken. Sheta Ketu ging, wie sein Vater ihm befohlen hatte, und kehrte im Alter von 24 Jahren als junger Mann wieder nach Hause zurück. Er hatte viel von seinem Guru gelernt, aber zugleich wirkte er auf seinen Vater sehr hochnäsig und eingebildet. Ja, Sheta Ketu vermittelte seinem Vater sogar das Gefühl, bereits alles begriffen zu haben und nichts mehr lernen zu müssen. Der Vater war erstaunt über das arrogante Verhalten seines Sohnes und nahm ihn eines Morgens zur Seite. Er fragte ihn, »Mein Sohn, du hast tatsächlich viel gelernt in den letzten zwölf Jahren, aber hat dir dein Guru in den ganzen Jahren von den Lehren erzählt, durch die man hört, hört und versteht, was man nicht hören kann?« »Oder hast du nach dem gefragt, durch das man sieht, was man nicht sehen kann und weiß, was nicht gewusst werden kann?« Sheta Ketu war erstaunt, dass es anscheinend noch etwas gab, was er nicht wusste. Das machte ihn neugierig, und so antwortete er, »Nein, Vater, davon habe ich nicht gehört. Was sind das für Lehren?« »Nun gut, mein Sohn, ich werde dir davon berichten. Indem du weißt, was genau ein Klumpen Lehm ist, weißt du das Wesentliche über sämtliche Dinge auf dieser Welt, die aus Lehm gemacht werden. Sie haben alle die gleiche Grundsubstanz und unterscheiden sich lediglich nur durch ihre äußere Form und ihren jeweiligen Namen voneinander. Genau so verhält es sich mit einem Klumpen Gold. Sobald du verstanden hast, woraus der Klumpen Gold besteht, kannst du das Wesentliche über alle Dinge, die aus diesem Metall gemacht wurden, erkennen. Auch hier unterscheiden sich alle Dinge, die aus Gold hergestellt wurden, lediglich in ihrer äußeren Form und durch ihren individuellen Namen. Das gleiche gilt für Kupfer, Eisen, Platin und alle anderen Metalle, die du kennst. Kennst du die Beschaffenheit und das Wesentliche, aus denen die Dinge gemacht sind, dann weißt du, dass sie lediglich in Form und Namen sich unterscheiden. Durch solches Wissen erhältst du das Wesentliche und die Grundlage von allem Zuwissenden. Hat dich dein Guru dies nicht gelehrt? Mein lieber Vater, ich glaube, dass mein Lehrer dieses Wissen nicht besaß, sonst hätte er es mich bestimmt gelehrt. Deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen, mich darin zu unterrichten. Das tue ich gern, mein Sohn. Darum höre gut zu. Am Anfang war reines Sein. Eines ohne ein anderes. Einige Menschen glauben zwar, dass am Anfang nur das Nichtseinde war. Das Nichtseinde ohne ein zweites. Und dass dieses Seinde gebar. Aber sage mir, wie hätte es so sein sollen? Wie hätte sich aus all dem Nichtseinde, nein Seindes entwickeln können? Er schaute seinen Sohn durchdringend an und fuhr mit seiner Belehrung fort. Nein, nein, mein Sohn, am Anfang aller Dinge existierte das reine Sein. Das reine Sein aber dachte bei sich selbst, ich möchte so gern viele werden. Ich möchte gerne die verschiedensten Gestalten und Formen annehmen. Und so schuf das eine Sein das Licht. Das Licht aber dachte bei sich, ich möchte so gern viele werden. Und das Licht brachte das Wasser hervor. Und das Wasser dachte bei sich selbst, ach, ich möchte so gerne viele werden und Formen und Gestalt bekommen. Und so erschuf das Wasser die Erde. Auf diese Weise erschuf sich das ganze Universum aus dem reinen Sein. Oder Laka Aruna hielt bewusst einen langen Moment inne, bevor er seinem Sohn tief in die Augen schaute und sagte, dieses Sein, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert. Das bist du, Shetaketo. Shetaketo war mit einem Mal hellwach und spürte, dass sein Vater im Begriff war, ihm eine der zentralen Lehren zu vermitteln. Und mit einem Flehen in der Stimme bat er, erzähl mir mehr von diesem Wissen gelehrter Vater. Oder Laka Aruna war erfreut über die Reaktion seines Sohnes und fuhr mit seiner Belehrung fort. Nun gut, mein Sohn, wenn die Bienen im Sommer den köstlichen Nektar von den verschiedensten Blüten sammeln und ihn zu Honig vermischen, dann denken die einzelnen Teilchen des Nektars nicht darüber nach, woher sie kommen. Genauso verlieren alle getrennten Wesen in dem Augenblick, in dem sie mit dem reinen Sein in Berührung kommen, die Vorstellung von ihrer getrennten Natur. Aber in dem Moment, wo sie aus dem reinen Sein wieder zurückkehren, haben sie wieder das Bewusstsein einer getrennten Individualität. Ob sie nun ein Bär, Ameise, Tiger, Adler, Mücke oder Fliege sind, ja, selbst der Floh oder ein Moskito werden wieder ganz sie selbst. Und wieder hielt der Vater einen Moment inne, schaute seinem Sohn wieder tief in die Augen und sagte im feierlichen Ton, und dieses Sein, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert, das bist du, Shetaketu. Shetaketu bat seinen Vater, erzähle mir mehr von diesem Wissen gelehrter Vater und war schon gespannt, was sein Vater ihm als nächstes erklären würde. Nun, gut, mein Sohn, antwortete der Vater und fuhr fort, alle Flüsse und auch alle Bäche, ob sie nun von Osten oder von Westen kommen, sie fließen in das Meer. Wenn sich die Flüsse erst einmal im Meer vereint haben, dann denken sie nicht länger, ich bin dieser Bach und ich bin jener Fluss. In der gleichen Art und Weise, mein Sohn, denken alle Wesen, wenn sie sich wieder mit dem Sein vereint haben, nicht mehr an die gewundenen Pfade, die sie im Leben gingen. Und auch an dieser Stelle hielt der Vater wieder inne, schwieg jetzt aber etwas länger, bis er gewiss war, wieder die volle Aufmerksamkeit seines Sohnes zu haben und sagte dann, dieses höchste Sein, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert, das bist du, Shetaketu. Erzähle mir mehr von diesem Wissen gelehrter Vater, bat Shetaketu. So soll es sein, mein Sohn. Gehe hin und bringe mir eine Feige von dem Feigenbaum dort drüben. Shetaketu tat, wie sein Vater ihm befohlen hatte. Hier ist sie, mein Vater. Öffne die Feige und berichte mir, was du im Inneren der Frucht siehst. Ich sehe viele, viele winzige Samen, mein Vater. Nimm einen der Samen, öffne ihn und sage mir, was du darinnen siehst. Ich sehe in seinem Inneren ganz und gar nichts, mein Vater. Darauf sagte der Vater, die feine Grundsubstanz, die Lebenskraft der Feige erscheint dir als nichts. Aber glaube mir, mein Sohn, aus diesem großartigen Nichts ist dieser Feigenbaum emporgewachsen. Dieses Sein, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert. Das bist du, Shetaketu. Erzähle mir mehr von diesem Wissen gelehrter Vater, bat Shetaketu und war erstaunt über die Weisheit seines Vaters. Gut, mein Sohn, so soll es sein. Hol etwas Salz aus der Küche und gieße es in das Glas, was hier vor dir steht. Der Sohn tat, wie ihm befohlen. Dann sagte der Vater, komme morgen früh wieder zu mir. Shetaketu konnte es kaum erwarten, am nächsten Tag zu seinem Vater zu gehen, um zu hören, welche Belehrungen er ihm über das Wasser und das Salz geben würde. Als der Sohn erwartungsvoll vor seinem Vater stand, sagte dieser, bringe mir das Salz, das du gestern Abend in das Wasser gegeben hast. Ich kann dir das Salz nicht bringen. Der Vater aber sprach zu ihm, nimm einen Schluck Wasser ganz von oben aus dem Glas und sage mir, wie es schmeckt. Es schmeckt salzig, Vater. Schütte etwas fort und trinke einen Schluck Wasser aus der Mitte des Glases. Wie schmeckt es? Nicht weniger salzig als der erste Schluck, Vater. Und jetzt schütte wieder ein wenig fort und trinke einen Schluck Wasser vom Boden des Glases. Wie schmeckt es? Auch hier tat der Sohn wieder, wie ihm geheißen war. Es schmeckt genauso salzig wie der erste und der zweite Schluck. Nun gut, mein Sohn. Schütte das salzige Wasser weg und komme zu mir. Shetaketu ging zu seinem Vater und sagte, jeder Tropfen schmeckte salzig. Und wieder schaute Udallaka Aruna seinen Sohn eindringlich an und sagte, das ist richtig, mein Sohn. Du vermagst das reine Sein, wie es alles durchdringt, nicht zu sehen. Aber in Wahrheit ist es immer da. Dieses Sein, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert. Das bist du, Shetaketu. Indem sein Vater so einbringlich zu ihm sprach, hatte Shetaketu das erste Mal in seinem Leben das Gefühl, einen weisen Lehrer vor sich zu haben. Von ihm wollte er lernen, und zwar in Demut. Denn plötzlich fühlte er sich wie jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben eine spirituelle Belehrung erhielt. Erzähle mir mehr von diesem Wissen gelehrter Vater, bat Shetaketu seinen weisen Vater. Gut, mein Sohn, so soll es sein. Stelle dir einen Mann vor, der gänzlich erblindet ist. Er hat sich weit von seinem Zuhause entfernt und sich in der Wildnis verloren. Er wird hoffnungslos und ohne Richtung umherirren und ausrufen, ich bin mit Blindheit geschlagen und verlassen. Aber wenn jemand käme, ihm die Blindheit nehme und ihm die Hauptrichtung zurück in seine Heimat zeigen würde, dann könnte er möglicherweise mit Hilfe seiner Intelligenz und dem nötigen Willen und mit Entschlossenheit von Dorf zu Dorf gehen und dort nach der Richtung fragen und letztendlich sein Ziel erreichen. In der gleichen Art und Weise kann ein Mensch, der einen Lehrer gefunden hat, der ihm den richtigen Weg lehren kann, wissen, dass er auf dem richtigen Pfad ist und dass er mit viel Ausdauer und Geduld sein Ziel erreichen kann. Und ein letztes Mal hielt Udalaka Aruna inne und sprach dann zu seinem Sohn dieses Wesen, das die feine Grundsubstanz von allem ist, die höchste Wirklichkeit, das Selbst von allem, was existiert. Das bist du, Shetaketo.